Ja, ich heiße dich hier zum einen erstmal ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das Ganze ist jetzt hier nochmal sozusagen neu aufgenommen, weil ich habe gerade leider festgestellt, dass das Video von eben keinen Ton hatte. Also von dieser App. Und ja, ich stelle euch jetzt einfach mal die App vor hier. Ist meiner Meinung nach mit die beste App. Ist jetzt natürlich schade, dass genau davon jetzt der Ton weg war. Ich erkläre euch mal ganz kurz das Prinzip von der App. Also die App heißt Cash Magnet. Könnt ihr da nicht im Play Store finden, sondern müsst ihr hier sozusagen von der Seite runterladen. Cashmagnetapp.com und dann hier einfach für Android. Ja, was macht diese App? Letztendlich, ihr müsst euch diese App runterladen und dann verdient ihr Passivgeld. Ihr müsst da Apps runterladen. Also letztendlich ist es ja eigentlich sehr einfach. Du musst da einfach Apps runterladen. Dafür wird dir dann sozusagen passive Zeit angerechnet und in dieser Zeit läuft die App dann einfach ganz normal im Hintergrund. Also wenn du das Handy nicht benutzt und du verdienst Geld und du verdienst extrem, also relativ viel Geld. Ich werde das Ganze nochmal ausführlicher natürlich testen. Aber das ist jetzt sozusagen erstmal die Vorstellung von dem Ganzen. Das Coole ist, sobald du hier zwei Monate aktiv warst, bekommst du einfach nochmal das Doppelte. Das heißt, du hast da glaube ich verschiedene Level, die du erreichen kannst bis Level 7. Und je höher du im Level bist, desto mehr Geld bekommst du auch. Aber das Krasse ist nochmal, nach zwei Monaten wird sozusagen, wenn alle deine Einnahmen, die du von da aus anbekommst, verdoppelt. Das heißt, es ist eigentlich wie, als ob du zwei Handys hättest. Diese App, die benutzen sehr, sehr viele hier Click-Farmen bzw. Handy-Farmen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere es schon mal gehört hat. Das ist gerade Richtung USA und Asien sehr bekannt. Ja, wenn die App hier funktioniert, werde ich das Ganze auch machen. Ich werde hier wahrscheinlich sowieso meine eigene kleine Click-Farmen aufbauen mit dieser App. Da habe ich richtig Lust drauf. Und ja, letztendlich ist es hier einfach die App. Müsst ihr euch runterladen und es ist wirklich extrem cool. Ich werde mich da jetzt gleich wahrscheinlich schon dran setzen und dann hier eine kleine Click-Farmen aufbauen. Ich werde da natürlich noch viele Videos darüber machen, wie das Ganze hier nochmal genau funktioniert und alles. Ja, das Ganze kann natürlich über Paypal auszahlen, das ganze Geld oder über Amazon-Gutscheine. Aber ich würde sagen, Paypal ist da am besten für. Das Ganze ist natürlich kostenlos zu nutzen. Du bekommst da ja Geld für Requirements oder hier Anforderungen für das. Für dein Handy sind, dass du Android 4.4.4 hast oder höher und mindestens 1 GB RAM und 8 GB freien Speicherplatz. Weil ja, du solltest halt immer mal wieder Apps runterladen. Und ja, du bekommst hier mehrere, also du bekommst hier, ja wie viele Punkte bekommt man, kommt halt ganz darauf an, wie viel du letztendlich dein Handy laufen lässt. Ich werde wirklich probieren, dass ich mir hier, ich habe noch hier mehrere alte Handys rumfliegen, dass ich die alle so hinbekomme, dass die auch ohne Akku laufen. Weil mir ist hier schon mal ein Akku geplatzt, dass ich das sozusagen so verlöte, dass das Handy direkt über die Steckdose gespeist wird. Und ja, dann baue ich mir eine kleine Clickfarm auf. Der Minimum-Payout liegt bei einem US-Dollar, also extrem schnell erreichbar letztendlich. Also wirklich schnell erreichbar. Ich habe die App selber schon mal benutzt, hatte ich aber dann wie gesagt gelassen, weil mein Handy, nicht wegen der App, aber wegen einer anderen App, beziehungsweise mein Handy einfach, ich hatte das halt liegen lassen sozusagen, dann ist mir der Akku leider geplatzt. Aber jetzt nicht wegen dieser App oder wegen einer anderen App, sondern einfach, weil ich den Akku überlastet habe, beziehungsweise überladen habe. Und ja, das Handy war glaube ich anderthalb Jahre lang am Strom. Aber wie gesagt, ich würde euch die App wirklich empfehlen. Ich werde wirklich probieren, mit dieser App hier eine Clickfarm aufzubauen. Ich werde da natürlich ganz viele Videos drüber machen, wie ich das Ganze mit dem Verlöten gemacht habe, wo ich die Handys herbekommen habe. Das alles wird hier auf diesem Kanal kommen. Und wenn du mich auf dieser Reise begleiten möchtest, dann würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Das war es jetzt aber erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, tut mir nochmal leid, dass ich das Video neu aufnehmen musste und dass ihr jetzt eben nochmal ein Video hattet, wo kein Ton drin war. Ja, aber ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss.